Mit Optimismus in die Zukunft. Die Nachrichten des Verpackungsmaschinen-Spezialisten Rowema aus Fernwald könnten nicht besser sein. Aktuell 330 Mitarbeiter, eine Umsatzerwartung von 45 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr und bereits zu Jahresanfang eine Überschreitung des eigentlich geplanten Auftragsvorlaufs für 2011. Die Pressekonferenz, bei der die neue Rowema vorgestellt wurde, war geprägt von vorsichtigem Optimismus und einem Dank für das große Vertrauen, das Kunden und Mitarbeiter Rowema für den Neuanfang entgegengebracht haben. Thomas Becker, seit 1. Januar 2011 geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, in das er gemeinsam mit den Investoren Dr. Sepp Lachenmayr und Dr. Winfried Lai mit eigenen Mitteln investiert hat, ist fest entschlossen, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Die drei Gesellschafter bringen viel Know-how, Erfahrung und auch den nötigen Weitblick mit. Seit Mai 2010 sind sie am Aufbau der neuen Rowema aktiv beteiligt. Seit Januar gehört sie ihnen. 5 bis 8 Prozent Wachstum seien in näherer Zukunft erreichbar, ließ Mitgesellschafter Lai durchblicken. Längerfristige Prognosen seien unseriös. Lai bringt wie Lachenmayr langjährige Management-Erfahrung mit. Beide wollen Rowema bis Mai begleiten und sich dann zurückziehen, um Becker die Entscheidungen im operativen Tagesgeschäft allein zu überlassen. Nach vorne sei der Blick gerichtet, sagt Becker, und dass sie auf dem Boden bleiben werden. Gesundes Wachstum streben sie an, die drei Ingenieure, denen man die Lust und Freude am Bau gediegener, hochwertiger Verpackungsmaschinen anmerkt. Alle drei bringen zudem große kaufmännische Erfahrung mit, sodass sie trotz aller Technikliebe die wirtschaftliche Seite des Unternehmens bestens im Auge haben. Die Existenz vieler hundert Menschen hänge von Rowema ab. Dieser Verantwortung sind sich die drei sehr wohl bewusst. Der erste Höhepunkt wird die Leitmesse der Verpackungsindustrie in Düsseldorf Mitte Mai sein. Auf der für die Branche auch international wichtigsten Messe Interpac wollen die Verpackungsspezialisten einen überraschend großen Strauß von Produktneuheiten vorstellen, die dem Unternehmen einen weiteren kräftigen Schub nach vorne bringen sollen. Nun zahlt sich aus, dass auch während der schwierigen Zeit weiterhin auf Forschung und Entwicklung gesetzt wurde. Vertriebschef Roland Kuhn stellte die Neuerungen den Redakteuren im Detail vor und ließ dabei keine Frage offen. Ein innovatives und patentiertes Siegelverfahren, eine schnelle Kartonierbaureihe, eine besonders wirtschaftliche Endverpackungsmaschine, eine sehr pflegeleichte Dosiereinheit und ein plattformunabhängiges Steuerungskonzept beweisen die große Innovationskraft Rowema's. Zentrales Element der Steuerung ist das offene Betriebssystem Linux. Ihr Einsatz ist somit auf Systemen vieler verschiedener Hersteller möglich. Kundenorientierung ist das neue große Leitmotiv. Auf dem im Mai 2010 begonnenen Weg in eine sichere Zukunft wurden viele Weichen gestellt. So wurde ein Lizenz- und Vertriebsvertrag mit Rowema in den USA unterschrieben, das Geschäft in Spanien und Portugal neu geordnet. Von der Zentrale in Fernwald aus werden jetzt die Vertretungen in Spanien, Portugal, Polen, den Benelux-Staaten, England und in Italien gesteuert. Für dieses Jahr ist die Eröffnung einer Niederlassung im russischen St. Petersburg geplant. Es geht wieder aufwärts in Fernwald für die neue Rowema. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017